Ich muss ja meine Dosen ins Flaschen wegrollen. Hä, was? Ich muss noch kurz was rauskommen. Dani, du hast die Hand nicht an, alles cool. Man sieht nichts. Ich hol mir ein Bier. Ich hol mir ein Bier. Schäfferhofer. Granatapfel. Schon krass, gell? Reden wir jetzt gerade wirklich über Alkohol? Hallo Kinder! Und das ist dann erst so. Achtung, Dani, Dani, die Alkoholikerin ist wieder da. Ich wollte gerade... Ich wollte gerade... ...die Dose mit dem Flaschenöffner öffnen. Oh, fuck, Alter. Wenn wir so weitermachen, müsste ich zuerst noch auf die Toilette. Tja, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge... K.E.K.W. Ich wusste schon fast den Namen nicht mehr. Gefühlt so lange her ist es aber nicht. Leute, freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei dieser wundervollen Runde... ...mit dem Chaos-Trupp, wie man hört, die immer wieder mit reinreden, wie dieser Jonas gerade im Hintergrund. Hallo! Hallo, du bist in meiner Familie. Ja. Die ist das gar nicht guckt. Doch, Martin guckt sie. Hallo, Martin. Grüße an der Stelle an Martin. Hallo, Martin. Lukas sollte meine Stimme komplett aus den Videos entfernen. Nachträglich, natürlich. Mein Bruder sitzt von mir. Bitte schneide... Ich soll Lukas sagen. Er soll mich komplett rausschneiden. Ab jetzt. Okay. Nein, schade. Lukas, das habe ich nicht schon angefangen, oder? Nein, natürlich nicht. Okay, dann stoppen wir mal die Runde. Let's go. Jonas, hast du angefangen? Du bist erst mal bei Scribble. Jonas, ey. Oh, Jonsch is choosing a word. Jonas malt. Achtung, jetzt alle Perfektion und Leistung erwarten. Oh, in Not. Let's go. Schau mal hier. Erstmal disliken. Liken. Dankeschön, dankeschön. Ihr macht mir auch keinen Druck oder so. Frech. Oh, ich weiß, was das ist. Wir müssen ja raten. Wir müssen ja raten. Ist das auf Deutsch oder auf Englisch? Stick. Deutsch, 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 Deutsch. Deutsch. Ah. Ach, Leute, man muss ja oben gucken, ne? Ich weiß, was das ist. Dani macht das immer. Hey, stimmt doch gar nicht. Kann man noch was machen? Ich bin so los. Ne Peitsche. Das bin ich. Jonas, mal noch was dazu. Was ist denn das? Mir wird das so viel einfallen. Mir wird das so viel einfallen. Ja. Hä? Hä? Ah, nein. Geht hier gar nicht. Was ist das? Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Was ist das für eine Nase? Oh, shit. Dani Banani. Das war auch San Johannes, ne? Oha. Pillen, Mann. What the fuck? Ich war die Pillen, Mann. Shit. Oh, Pillen, Mann. Ich weiß nicht, was ist das für eine Taube? Ich weiß nicht, was das für eine Tier ist. Keine Ahnung. Ich kenne mich mit Pflanzen nicht aus. Voll schön gemalt irgendwie, also in der dritten Klasse. Aber, aber nicht. Hey, als ob das nicht Justin Bieber als Vogel ist. Dann weiß ich es nicht. Hey, Real Talk, hey? Irgend so eine Vogelart wahrscheinlich. Äh, Nutzi, ach. Hallo? Hör auf. Hä? Hä? LB? Hä? Jetzt waren das 80 Sekunden? Ja. Hä? Scheiße. Bläh, 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 bläh. Scheiße, ich hab's verkackt. Wollte zwei Vögel. Vogelbartwitzel. Wo ist da Wasser? Wo ist da Wasser? Bläh. Das wollte ich noch zeigen. Ja. Äh, ey. Äh, gar nicht. Wir haben nur 80 Sekunden, sind so schnell. Ja, ey. So können wir nicht länger. Das ist voll viel Zeit, aber du brauchst so lange. Ja, deswegen. Ich hoffe, das sind keine Wörter mit Ü. Ü ist mein Shortcut zum Aufnehmen. Warte mal. Äh. Alter, was ist denn das? Für ein langes Wort. Hm. Okay, ich wollte es auch gerade schreiben. Ähm. Okay. Okay. Mal zum. Ihr müsst alle wissen, Kati mag das Spiel über allemaßen. Ja. Ja, total. Das ist ihr Lieblingsspiel. Wir werden das vermutlich dank ihr sehr oft spielen. Ne? Ja, bitte. Ich spanne dich. Ich spanne euch. Votet jetzt gerne in den Kommentaren, ob ihr das gerne nochmal als nächstes sehen möchtet. Was wird das, Kati? Was ist das? Ne ganz bestimmte Art von der Promo. Oh nein. Na ja. Ne ganz bestimmte Art. Ja, ich weiß nicht, wie die aussieht. Gerade. Frage, was du meinst. Ja. Hätte sein können. Mann. Nein, das macht nur in der Nähe. Hoppada. Ich bin ausgerutscht. Ich merke schon. Bei der anderen auch. Äh. Ich habe übrigens gerade mal den Hotbeam geändert. Häh? Von mir auf. Kati left. Nein, Kati. Ich wurde gekickt. Kati, du kannst wieder reinkommen. Du kannst wieder reinkommen über den Link. Ja. Kati, du hast das Spiel. Seht ihr, Leute? Kann man nichts machen. Ich wollte sie ja dazu bringen. Schade. So. Jetzt kommen die Künste, ja? Wo ist denn hier weiß? Hä? Gibt es hier kein weiß? Wo ist weiß? Ich sehe kein weiß. Nein, kein Scheiß. Ich glaube, bei mir ist nicht weiß zu sehen. Hä? Was ist denn weiß? Das ist weiß. Wo ist? Das ist doch kein weiß. Egal. Das ist weiß. Egal. Egal. Ich mache jetzt ganz kurz. Stopp. Stopp. Alles mit der Ruhe. Oh Mann, ey. So. Jetzt. Jetzt ist ja auch egal. Kommt Leute, ist das euer Ernst? Ja, ihr wollt schon sagen Schönes Männchen Ich hab das noch nie gespielt Okay Jawoll Leute Warum kriegst du wirklich Punkte? Weil du bezeichnet wirst Ich glaube, ich hab den Wartet mal jetzt Ich muss mal kurz Ich glaube, weil ich Dinge jetzt hier drin hab Aus Ja, jetzt sehe ich weiß Upsi Egal Ich hatte den Dark Mode drin Wow Ich hab das mal eine Frage nicht Oh shit Kati, hast du schon wieder dran? Ja, weil sie rausgefallen ist Sie sind die Letzte in der Liste Ja, aber wahrscheinlich überholt ihr noch Ich bin das Letzte in der Liste Oh was? Nein, das kann ich Oh mein Gott Warum fällt mir das nicht ein? Es geht um Nein, nicht reden Nicht reden, Kati Böse 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 Bin ich böse Aber ich bin von blöden Worte, Alter Klopf Klopf, Mann Das hier ist Thorsten Und das ist Luzi mit dem langen Hals Ja, das hier ist Luzi mit dem langen Hals Hallo, hallo, hallo Was ist das für eine Scheiße? Was soll das? Luste Beine Ja, das sieht man nicht Der rechte Arm, ne? Der rechte Arm ist einfach viel Ich kann's dir sagen, was es ist, wenn ich schreiben könnte Ja No way Ich wollte schon sagen No Keck Beste Frisur Hä, was ist denn das? Ist das Super Saiyan Jin, oder was? Was ist denn das? Ein Embryo auf dem Boden, oder was? Was ist denn das jetzt? Alter, da liegt ein Embryo Mach die Spucke doch blau Vor allem blau What the fuck? Ich auch nicht Alter, Dani darf erst mal Ja, stimmt, blau Ja, macht Sinn Ich wollte aber gerade schon sagen Hä, was ist denn du? Komm jetzt Äh Hä? Bin das ich? Mit schwarzen Haaren? Ja 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 Nein Nein, Dani Das hast du nicht geraucht Jonas, ey, knapp dran Mach noch irgendwas, noch ein Accessoire, oder so Noch irgendwas, komm, mach noch was Was? Ein Koffer, oder so Ich meine, das ist so zu hoch Oh ja, ja Ey, Dani, das hast du so schön gezeichnet Die Brille hat alles verraten Okay, jetzt wird's krank, okay? Passt auf Ich weiß nicht, ob ich das zeichnen kann Warte Lass mich mal kurz überlegen Schade Äh Hä, was mach ich hier? Ähm Hä, keine Ahnung Hä, was mach ich hier? Scheiße, jetzt hab ich schon kackt Ähm Ähm Äh Egal, machen wir's halt so Ich wollt's grad voll schön machen Ich hab's vergessen, wie es geht Okay Ist das auch hier unnötig? Ja, fast Ist ja auch egal So, und jetzt? Oh, eine Hand fehlt noch Ein, also ein Daumen Eine Hand, ja, mein Alter Äh, und jetzt, warte Warte, jetzt Jetzt Nee Scheiße, was ist das? Was ist das? Was zeichne ich hier? Es tut mir leid Ich, äh Irgendwie Gefühlt Jawohl Ich hab keine Ahnung, ob das Ich weiß, ich hab grad einfach aus Gedanken raus Ganz klein Uhu-Kleber Ja Oh Anu Radierer, nicht Radierer Radierer Wie ein Radiergummi ist er auch Was machst du Radiergummi im Gesicht? Hey, Dani, ey Es gibt genug ohne Belfen Die Sage weg Hey, ich wollt was Voll cool zeichnen Ich konnte Sag mal, Kathi Kannst du auch mal Kurze weiter nehmen? Was ist denn das? Wir schreiben keine Runde Warte nicht, Jonas, mach mal keinen Dislay Ich glaub, dann wird sie gekickt Ja, mach keinen Dislay Nein Warte, so Schade Äh Warte, ich mach's dann Schade Nee Ist ein bisschen schief Also So Das ist eh übrigens sehr viel grad, ne? Äh, ja, ist echt so Also Konzentrier mich gerade, Leute Bitte Ach, wir uns nicht? Nein Ich kann das nicht Stimmt Damit kann man Das kann nicht sein Ich rumziehe auch noch Danni ist nah dran Sei leise, Kathi Ohne was zu sagen Nein Oh Ich kick dich gleich Was? Schrauben, Schlüssel, was? Leute Nicht Tipps geben Das hat man ja sehen Na doch, das war in Ordnung Hätte ich gesagt Nein Natürlich, was um langen Wort Nein Wenn das hier Buchstabe hat, kann man ruhig sagen Bei sowas Wenn du so 80 Sekunden einstellst, ist das halt schuld Hier, Strich Schaut euch mal bitte diese gerade Linie an Voll schön Machst du das? Machst du mit einem Lineal oder was machst du da? Alter Hä? Hä? Oh mein Gott Nein Wie schreibt man das? Oh, schau Du bist so um Tag los Ach, sei ruhig Du Du musst gar nichts sagen Hier oben Radierer mit I-R-E-R Ja, ja, ja Ja, ja, sei ruhig Nein, 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 nein Reichstatt auch wieder Komm mal hier Hashtag Hashtag my friends Aber unspaß Die untere Linie Ich hab so gehofft, dass ich das hinkrieg Alter, voll Voll schön gemacht Dankeschön Bitteschön Das hat mich schon mal hingekriegt Das war so eine richtige Linie So eine richtig gerade Linie Oh, dass ich es vorhatte eigentlich Genial Hashtag Is close No shit Oh shit Oh oh Ich wusste es Ich wusste Das ist unglaublich Ich hab da ein Wort Aber ich hoffe, das ist es nicht Hä? 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 Oh 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 Mega Nein Nein Weiß ich nicht Hä? Hä? Das? Das ist mega Mach nur einen roten Pfeil hin Okay E Hey, ich weiß es nicht Ne Das E verwirrt mich voll Im Ernst Nagel Willst du dich verarschen? What the fuck, Alter? Ich hab den Nagel auf den Kopf getroffen Nee, okay, okay Hallo, ich hab den Nagel auf den Kopf getroffen Reicht dann auch wieder Nee, jetzt mach ich genau so einen Scheiß So Ähm Hä? Das ist so gehört, dass ich dich eigentlich nicht Ja, 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 Dani Alles klar Apfelstandblatt Apfelstandblatt Ja, deswegen nimmt man auch viel Zeit Ja, 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 ja Ich nehme mir ganz viel Zeit jetzt Oh, voll schön, ne? Findet ihr das auch? Warte mal Mach mich noch, warte mal Ups Äh Oh? Ne, Moment Oh? So So Und jetzt, äh Sieht aus wie ein Baseball Sind das Cookies? Ja, wollt ich auch sagen Wollt ihr mich verarschen, Leute? Also jetzt, jetzt muss es ein wenig kommen Jetzt ist nur noch Ist das Ich hab's im Kopf Ich weiß aber nicht Hä? Ja, ihr sag- Hä? Oh mein Gott Ich bin gerade so los Also wenn ihr das sehen könntet, was Ihr da schon so geschrieben habt Ja, Jonas, wollte ich schon sagen Yes Alter, Jonas, du warst schon so knapp Asteroiden Ja, ich wusste nicht, wie man das schreibt Ich wollte mich nicht blamieren Ey, mach doch einfach Blamiere dich hier doch nicht ja eben das hätte ich auch hätte sich gesagt wird sich auffallen jetzt mal extra schön ich kann gar nicht doch okay jetzt nicht mehr unbedingt ja ich finde jonas war schon war schon nah dran machen ein bisschen weiter was ist das jetzt jetzt bin ich froh dass ich das jetzt ist gruselig komischer panda ich hoffe den drehe mich nicht auf der straße ich sollte gerade gott zeichnen hat ja sein können warst du da schon worum es geht oder es ist gerade was es war das ist das worum es geht Was ist das? Weird Talk, das sieht für mich aus wie eine Schlange. Ja! Nein, das kann nicht sein. Hey? Leicht. Einfach nur leicht. Sieht hübsch aus, Sonja. Mach ein Leicht! Ja, sicher. Voll weird. Hä? Hey! Boah, das ist voll geil. Das ist geil. Wurm! Ich bin nicht auf Wurm gekommen! Oh my god! Das dachte ich mir auch so im Nachhinein so. Ist das nicht dein Ernst? Ja, alles. Wale! Aber nicht mal ein Wurm! In welcher Welt ist das ein Wal? Ja, ey. Ey, man weiß ja nie, ne? Familien! Vor allem Wale, also mehr. Oh, schau mal. Ne, das kann nicht sein. What the fuck, Alter? Das kann wieder nur Dani sein. Ja, was? Nein! Ich bin fertig, ich bin fertig! Ähm... Äh... Hä? Beide haben's... Ja, okay, ja, ne. Ich hab Rolltreppen gesehen bei Jonas, dachte mir, hey, warum ist das nicht das Wort? So... Ja, oh! Ähm... Ohne Sprache! Nur gibt es Wort! Wo man sich einfach so denkt so, jo! Auaah... Ah ne, mach mal so. Eięy! Vander ist da nicht okay, gell, ohne Witz. Chicken! Awww... י� Straight! JENS! Er hat's eh nicht gehört, weil er auch nicht störend ist. Ich hatte jetzt gehört, dass ich ihn gekickt hab. Uff. Du hast Luzi gekickt. Hä, was? Ich hab dich verschoben. Ja, das war's. Beobachtet die allgemeine Situation. Ich kann nicht mehr machen, Leute. Es tut mir leid. Ja. Problematisch. Danni, was machst du immer? Was machst du immer mit mir? Ach komm! Nicht sein! Scheiße! Jawoll! Jawoll, Alter! Das tut mir echt weh. Siehste, war klar, dass Lani das noch weiß. Wäre schade, wenn ich... Eigentlich machst du das ja. Nein, 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 nein. Das schneid ich immer raus. Deswegen kriegt man das nicht mit. Das ist auch nicht drinne. Guck die Folgen bei Jonas. Oh, fuck! Voll fett. So. So, ich muss den Busch hören. Ah. Oh, das war nicht schlecht, Jonas. Hoppala. Ähm. Bisschen falsch. Äh. Trucker. Ähm. Nein, das kann's nicht sein. Oho. Kannst du wo an der zweiten Sch... Hä? Hä? Also kommt. Nee. Also besser kann man's jetzt halt echt kaum mehr machen. Mhm. Dankeschön. Hä? 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 Ich hab diese Punkte verwendet. Ah. Äh. Wieso? Oh Gott, Mann. Ich trink jetzt halt an den Haut. So, wegen den Rädern da unten. Ja, wieso? Das sind Räder. Das sind Räder. Wer macht da Räder dran? Alter. Ich hätte noch Toast. Der rennt weg. Hey, meine Toasties. So. Jetzt mal Jonas Toast. Oh. Ah. Hä? Hier war auf jeden Fall ein guter Architekt dran. Hässlich. Hässlich. Weg mit dem Scheiß. Hä, was... Sieht so aus, als wäre das Haus traurig, ey. Schon ein bisschen. Das Haus ist traurig. Das Haus wird halt einstürzt, so wie's aussieht. So gerade ist es auch nicht. Ja. Hä? Fenster sind irgendwie... Ich bin eigentlich schon im Grundprinzip fertig. Nein, nein. Ja, hä, weil... Worum geht's denn? Um das, was ich gezeichnet hab. Okay. Danke, Jonas. Versuch das B da drin. Warum... Warum geht das auf? Okay, geht auch nicht. Eckbert. Ja, also ich bin fertig. Ich, 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 ich... Äh... Der Kana... Rinner... 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 Ne... Der Kana... Hä? Scheiße. Ich weiß nicht, was er tut. Ich weiß nicht, was er vermalt oder tut. Er versucht es zu verschönern. Das ist nur eine Verzierung. Gebäude. Gebäude. Ja, allgemein gesprochen. Scheiße. Ja, fuck. Ja, das B nur ist eh... Gefühlt, es verwirrt einen. Das war auch beim Wurm genauso. Mit dem Wurm in Ruhe. Ey, Wale. Ich seh da immer noch einen Wal. Boah, Dani gewinnt, wenn die so weitermacht. Fuck. Erstmal... 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 Erstmal ein bisschen stumm. Oh! Ne. Nein, ich möchte nicht alles. Ah. Pisser. Hey, hey, hey. Nicht so... Diesmal ein bisschen stumm. Gott sei Dank. Äh. Ah, das... Hey! Achso. Sorry. Alter, war's ganz gut an, oder? Was? Ach! Was war solche Geräusche? Warum ist es das nicht? Wie behindert ist das denn? Häh? Was ist denn mit dir los? Was zeichnest du da? Hä? Nee, hä? Oh mein Gott, what the fuck? Hä, äh... Sauerstoff kann es auch nicht sein. Hä, what the fuck? Nein, ey, das kann nicht sein, ernst sein, dass er das weiß. What the fuck? Hä? Atmen, atmen! Luft, CO2 oder so! Mann! Okay, Leute, ihr Kleiner Insider, viele wissen das jetzt nicht, aber wenn ich jetzt das hier alleine hinschreibe, sollten die Leute es wissen. Wenn ihr das wisst, oh mein Gott. Ah, Jonas! Es ist hässlich gezeichnet, ich weiß. Sie wird mich hassen dafür, wenn sie das sieht. Doch, oh mein Gott. Warte, lass mich das noch schöner machen. Warte doch noch. Oh Gott, ja. Das ist keine richtige. Ja, so... Nee, Gott, nee, Moment, was? Mach los! Katja, schreib, Mann. Schreib mir jetzt halt. Damit ihr das nicht sieht. Okay. Ja gut, war es das denn? Was? Jonas! Was? Will sich verarsch? Das ist echt traurig. Für Dani, nicht für uns, Kathi. Wir sind da raus aus dem Schneider. Puh, ihr seid da raus aus dem Schneider, genau. Ja, Gott sei Dank. Na dann, alles klar. Okay, Leute. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was zu tun ist? Gerne auch mal wieder einen Like da lassen. Für die nächste Folge EKB. Ihr wisst Bescheid. Sorry, ich war noch gerade abgelenkt von dem Satz davor. Ich war noch abgelenkt, tut mir leid. Es war zu gut, es war einfach zu gut. Ich soll leise sein? Okay, ich sag gar nichts mehr. Dankeschön fürs Zusehen. Ciao. Ciao, tschüssi. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.